Resveratrol In der Haut der Weinschraube beinhaltet es das. Es ist auch enthalten in Rotwein. Ein Glas Rotwein am Tag reduziert die Verbrennung während der Bestrahlung. Ohne, dass man den Effekt auf den Krebs verhindert dadurch. Sogar wenn man normalerweise kein Rotwein trinken würde, wenn ihr Bestrahlung habt, dann trinkt Rotwein. Und es hilft, Thrombose zu verhindern. Und es verhindert, dass der Krebs sich ausbreitet, dass er streut. Es verhindert in erster Linie, dass der Krebs sich streuen kann. Es bewirkt, dass die Krebszellen absterben. Und die Blutzufuhr zum Krebs ab. Krebs ist wie eine Wunde, die nicht heilen kann. Und wenn ihr einen Schnitt habt, dann geht der Körper hin und macht die Blutgefäße zu. Und Tumore machen dasselbe. Die brauchen viel Blutzufuhr. Du kannst unmöglich diesen Zellwachstum haben, ohne dass die Nährstoffe durch das Blut transportiert dahin werden. Es gibt Medikamente, die die Blutgefäße abschneiden, dass sie zu den Tumoren gehen. Und sie sind aber leider nicht sehr erfolgreich. Versuch das. Es hilft auch beim Glutothion. Seht ihr, wie das Ganze jetzt so zusammenkommt? Und es hilft dem Immunsystem, gegen den Krebs anzukämpfen. Und es verhindert, dass diese Zellen mehr Zellen produzieren. Okay. Dieser Teil hier hat zu tun mit Brustkrebs. Zu viel Östrogen sowie die Pille oder nach den Wechseljahren kann Krebs entstehen, wenn das Östrogen sich bindet mit dem DNA. Und es verklebt es. Wie wenn man Honig auf den Teppich macht. Es verklebt es, so wie als ob man Honig auf den Teppich macht. Ick! Das ist nicht sehr angenehm. Wir möchten nicht diese Art von Teppich daheim haben. Und wir möchten auch nicht diese Art von DNA haben. Krebszellen haben ein Enzym, was wirkt. Das normale Zellen wiederum nicht haben. Zyptochrom, Zyptochrom 1B1. So heißt das Enzym. Das Enzym, diese Krebszellen haben ein Enzym, das heißt Zypo 1B1, was dies bewirkt. So Resveratrol plus this Resveratrol in Kombination mit dem CYP kreiert ein Gift. Nur in den Krebszellen. Wir haben eine Zauberkugel. Resveratrol und Salvestrol. Die Kombination von Resveratrol macht das und Salvestrol. Wir haben Produkte in denen getrennt sind. Aber es gibt beide Substanzen in Kring Nature Produkten. Diese Kombination wirkt über dieses Enzym Typ 1B1. Absolut krebsspezifisch. Ja. So the Salvestrol is a family of Resveratrol like chemicals. Resveratrol gehört zu einer Familie dieser Salvestrol. Salvestrol. It's a family of Resveratrol like chemicals. So Resveratrol und Salvestrol sind sehr ähnlich. Salvestrol kommt von Cranberries Jerusalem Artichoke Jerusalem It's a vegetable A vegetable Das kenne ich nicht mal in Deutsch. Entschuldigung Koppinambur Dankeschön Who knew? Thank you so much. Okay So this was from Dr. Jerry Potter Dr. Jerry Potter Not Harry Potter Nicht Harry Potter from England Er ist aus Groß Britannien and made in Canada Geboren in Canada I was the first Canadian to learn of this It was very exciting and it was unglaublich aufregend I went home and told my wife I think we found something to cure cancer She said Oh you tell me that every day I wish I wish I wish I wanted to give her I wish I wish